Der Zweckverband der Neuen Bühne Senftenberg hat vorzeitig Daniel Ries zum neuen Intendanten berufen. Was sind die Hintergründe? Ach, das ist sozusagen ein bisschen nach vorne gerutscht. Der eigentliche Stichtag war der 1. September. Der Vertrag von Herrn Souberon ging eigentlich bis zum 31. August. Und das ist auf einen Wunsch von Herrn Souberon entstanden, der gesagt hat, er würde gerne ein bisschen früher raus. Er hat ja tatsächlich doch nochmal ein Amt übernommen. Er wird die Schauspielschule in Bochum, also von der Volkwang Uni Essen, als Interimsdirektor leiten. Und ich nehme an, dass es damit zusammenhängt, dass er gesagt hat, lass uns das doch vorziehen, weil gestern war die Zweckverbandsversammlung, die sind ja immer terminiert mit dem Landkreis und der Stadt. Und das war gestern möglich, auf der Zweckverbandsversammlung zu sagen, so, wir ändern den Plan. Herr Ries ist ab morgen schon Intendant.